hallo liebe freunde meines kanals dies ist der zweite teil meiner videoreihe über starlink im ersten teil haben wir uns angeschaut wie man das ganze physikalisch installiert ich habe einen graben ausgehoben ich habe einen bettungsockel gegossen ich habe das auf einen mast gesetzt dann zum schluss das ganze ins haus hinein gebracht und dann den router konfiguriert da war nicht viel zu konfigurieren das hat im prinzip von anfang an funktioniert im prinzip ist damit die installation ja für 80 prozent von den starlink anwendern erledigt vielleicht kauft man sich noch einen repeater weil die reichweite nicht ganz ausreicht um das haus abzudecken oder das apartment aber im großen und ganzen hat sich damit das ganze erledigt aber man kann aus dieser ganzen angelegenheit natürlich noch erheblich mehr rausholen und dieses video zeigt euch wie als erstes empfiehlt sich ein blick auf die starlink webseite ich reich mal hier über zu meinem switcher denn wir brauchen ein weiteres teil übrigens wer bei starlink einsteigen möchte jetzt ist genau ein recht guter zeitpunkt gekommen denn die bieten einen recht großzügigen rabatt auf die hardware an hier sind wir auf dem starlink shop und hier in europa ist momentan die version 2 der starlink antenne und des routers aktuell in usa wird bereits die generation 3 ausgeliefert mit all ihren vornachteilen vorteil ist dass im router dann bereits ein ethernet anschluss integriert ist bei generation 2 hat man das nicht gemacht hier muss man sich so ein zusatz gerät oder dongle wie man das so schön auf neudeutsch nennt kaufen das kriegt er hier im shop muss dann diesen schönen sachen allen vorbeiscrollen und hier ist das gute stück die sind nicht zimperlich die rufen dafür 40 euro auf ist natürlich noch mal eine zusätzliche ausgabe aber ich bin der auffassung dass das absolut wert ist hier sieht man das gute stück das wird im prinzip einfach zwischen die antenne und den router durchgeschleift und dann hat man hier einen ethernet port zur verfügung und wenn ihr schon soweit seid dann habt ihr das sicherlich gemacht aber im ethernet port steckt noch nichts drin und das ist auch gut so denn von hier aus wird die konfiguration erst so richtig interessant denn wir wollen ja im prinzip und das habe ich eben schon gesagt mehr leistung aus dieser ganzen kiste rausholen das heißt wir könnten jetzt praktisch einfach unseren router hier in den ethernet port einstöpseln und sozusagen huckepack hinter diesem ding her fahren oder einfach diesen router als praktisch gateway noch mal verwenden nachteil ist wir haben noch mal eine stufe von nr t dazwischen und da haben wir also nicht nur carrier grade nat zwischen starlink und uns sondern noch mal zusätzliche nat zwischen den router und uns ist jetzt kein drama könnte man so machen kann man auch so lassen und man hat im prinzip dann eine seine gesamte infrastruktur zur verfügung aber da gibt es was besseres nämlich ihr geht in eure starlink app auf eurem smartphone und geht auf den abschnitt router und dann einstellungen also wie gesagt die app aufrufen dann einstellungen und dann auf router gehen und da gibt es einen schiebeschalter der heißt bypass mode aktivieren kann auch auf englisch sein da ist es eben aktiviert bypass mode den schiebt ihr zur seite und dann gibt es eine gehanuschte warnung dass man eben dass es eben eine eigentliche für fortgeschrittene ist und dass man eben nur dann wieder rauskommt wenn man seinen starlink router hardware aufseitig auf werkseinstellungen zurücksetzt das kann man natürlich machen ist kein drama da muss man einfach fünf mal den den stromstecker ein und ausstöpseln hat man das ja auch wieder zurückgesetzt aber wir wollen ja im prinzip weitermachen also ihr stellt das ding auf durchzug mit diesem bypass mode jetzt ist es ganz wichtig dass hinten dran natürlich eure infrastruktur schon funktionstüchtig ist sonst guckt ihr natürlich in die höhere das ist ja klar also ich zeige euch das jetzt kann das ganze jetzt am beispiel von opensense ihr geht also dann her nachdem ihr dieses diesen euren warnport an eurem router mit diesem dongle verbunden habt wie gesagt dann habt ihr praktisch euren internet provider darauf gesetzt auf euren router und im prinzip müsst ihr nur die das wahl interface auf dhcp stellen und schon kann es im prinzip losgehen da holt er sich praktisch von starlink selber direkt eine cgnad adresse und schon geht es los das ist natürlich schon mal ganz klasse denn von hier aus habt ihr im prinzip alle möglichkeiten ihr könnt so lassen gar kein problem ihr könnt jetzt im internet surfen ihr habt alle möglichkeiten eure access points eure switches alles was ihr eigentlich in eurem lan habt anzusteuern es ist halt es ist halt im prinzip so aus der dose ihr müsst im prinzip aber noch zwei zumindest eine kleinigkeit machen also ich zeige es euch wie gesagt am beispiel von meiner open sense und dann mein passwort nein so im prinzip wenn ihr das so gemacht habt wie ich das eben beschrieben habe seht ihr hier eure gateways entsprechend so wie hier bei mir aber es gibt natürlich noch eine kleinigkeit die wir hier bei dieser gelegenheit entsprechend auch beheben wollen das ist auf jeden fall erst mal die verfügbarkeit der starlink app denn die braucht ihr natürlich auch weiterhin um zumindest mal eure statistiken abzurufen beziehungsweise auch um die entsprechenden updates die auch reinkommen auf eure antenne dann einzuspielen es gibt eine ganze menge hinweise im internet dass man hier eine so genannte statische route einrichten soll das funktioniert auf den meisten routern ganz ohne probleme zum beispiel unify oder ubiquity auch edgemax statische route kein problem auf der open sense funktioniert das leider so nicht obwohl viele sagen ihr musst es so machen auch im forum wird es so beschrieben ich weiß nicht ob das an den versionen liegt an der versionierung bei mir jedenfalls hat es nicht hingehauen ich habe eine viel einfachere lösung gefunden und zwar geht ihr hier einfach auf eure open sense auf interfaces dann auf virtual ips settings und ihr seht ich habe hier schon ein paar eingerichtet aber die um die es heute geht oder in diesem fall geht ist die letzte hier und zwar befindet sich oder hat die starlink antenne ein eigenes netzwerk und das ist das lautet 192 168 100.0 und da müssen wir ja irgendwie hinein was liegt näher als unserer firewall auf dem warn interface eine virtuelle ip-adresse in genau diesem netzwerk zu geben ganz einfach ihr geht also hier her klickt auf dieses plus zeichen und dann legt ihr eine neue statische virtuelle ip an ich zeige es euch hier so sieht das ganze dann aus modus ist ip alias das interface ist wan und die netzwerk adresse die ihr hier eingeht ist 192 168 100.2 schrägstrich 24 nicht die punkt 1 denn das ist die starlink antenne selber also dischi und dann könnt ihr dem ding eine beschreibung verpassen damit ihr es auch wieder findet dischi subnet habe ich es halt genannt weil eben der kurse name für diese antenne eben dischi ist kann man mögen muss man aber nicht und sobald ihr das hier habt entstehen automatisch die entsprechenden routen auf der opensense und ihr könnt hier einfach ein browser tab aufmachen und rüber zu dischi surfen 192.168.100.1 ich habe das hier schon mal gemacht und hier kommt unsere starlink antenne es funktioniert im prinzip alles außer die netzwerkeinstellungen die haben wir natürlich dem ding weggenommen machen wir ja selbst und statistiken aber statistiken sind ja genau das was wir wollen und deswegen könnt ihr euch einen link anlegen macht ihr einfach hier hinten dran vorwärtsflash und dann statis statis so wie es hier steht legt ihr euch einen link an auf eurem browser dann habt ihr das und hier sind unsere gesamten statistiken es funktioniert übrigens alles außer eben im speedtest so damit haben wir schon mal die erste runde der erste hürde genommen ich zeige euch noch ganz schnell die zweite sache die vielleicht interessant ist nämlich auf dem warninterface hier die konfiguration um praktisch mit starlink zu reden wäre hier auf ipv4 das ganze auf dhcp zu setzen damit ihr automatisch eure cgnad adresse im ipv4 bereich bekommt und hier unten die dhcp client konfiguration vom warninterface die lasst ihr einfach leer da gibt ihr gar nichts ein und im prinzip ist es dann praktisch plug and play und die ganze geschichte läuft von selbst ja cgnad das ist auch so ein stichwort das ist jetzt natürlich so eine sache die von allen größeren providern immer mehr umgesetzt wird der ipv4 pool ist im prinzip ausgeschöpft und cgnad ist nochmal so eine krücke würde ich mal sagen um dieses ipv4 dings noch ein bisschen länger am leben zu erhalten und vom prinzip funktioniert das so dass ihr euch mit anderen anwendern eine öffentlich geroutete ipv4 adresse teilt und das dann praktisch über network address translation auf dieses 100.64 netzwerk umgesetzt wird wo ihr dann eine adresse drin habt ja das ist im prinzip nichts anderes als was ihr früher gemacht habt wenn mit eurem provider ihr habt extern geroutete adresse und intern benutzt ihr 192.168.irgendwas für euer lan und dann geht ihr mit network address translation drauf so machen wir das im prinzip auch aber jetzt habt ihr praktisch nochmal so eine trennschicht zwischen eurem netzwerk und der offenen welt des internets und damit ist es natürlich jetzt unmöglich über dynamic dns oder sonst irgendwelche mittelchen einen dienst im internet zur verfügung zu stellen manche die gehen über cloudflare tunnels und so weiter das geht ja aber ich finde das ist auch irgendwie so eine krücke denn das tunnelt irgendwie so durch ssh durch oder durch den vpn und ehrlich gesagt ich finde das irgendwie ein bisschen komisch aber ich gebe jetzt euch einen kleinen ausblick auf das nächste video in dieser reihe denn es gibt im prinzip eine möglichkeit der ganzen sache die ganze sache trotzdem ans leben zu bekommen denn in sagen wir mal 95 prozent aller fälle bekommt ihr von eurem provider ein ipv6 netzwerk zur verfügung gestellt und zwar ist es so bei bei starling kriegt ihr ein strich 56 netzwerk und das lass mich da kurz bleiben ein strich 56 netzwerk und damit habt ihr millionen vielleicht sogar milliarden von ip adressen zur verfügung im internet steht sehr viel darüber dass sich dieses netzwerk ständig ändert oder alle 14 tage oder einmal am tag oder wenn man die die antenne durchstart oder den router oder die grauenhaftesten geschichten ich habe das jetzt über einige wochen beobachtet und bei mir hat sich die ipv6 geschichte nicht geändert ist gleich geblieben ich nehme an und das ist meine wirklich eine vermutung dass man sobald man eben sich gemeldet hat und eben diese adresse beansprucht dass die für einen reserviert ist für eine gewisse zeit das ist bei starling so dass man ja seinen vertrag auch ruhen lassen kann und dann sobald man das macht oder kündigt wird dann eben dieser adresspool wieder freigegeben aber solange man seine 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 praktisch seine antenne online hat und auch schön seine seine gebühren bezahlt hat man eben diesen pool praktisch für sich reserviert und das schöne an diesem ipv6 schrägstrich 56 adressbereich ist dass man diesen noch mal weiter unterteilen kann nämlich in zum beispiel 256 schrägstrich 64 netze ihr merkt schon wo ich hin will man kann jetzt praktisch jedem seiner vlans ein eigenes eigenen adressbereich geben und das coole daran ist wenn man will kann man praktisch jedes gerät aus dem internet erreichbar machen wenn man ein entsprechendes loch in die firewall bohrt natürlich nur und da will ich natürlich auch hin mit unserem nächsten video denn ich will euch zeigen wie man mit diesem ipv6 adressbereich den man bekommt einen service im internet bereitstellen kann den wir zum beispiel auf synology unter docker installieren unter container management das weiß es eben dieses schema kann man natürlich dann nutzbar machen und auch nutzen wenn man vodafone hat oder telekom denn da ändert sich im prinzip gar nichts daran das ist genau das gleiche wichtig ist dann einfach nur dass man sich darauf einlässt im eigenen netzwerk mit ipv6 in eine koexistenz zu treten ist doch nicht schlimm merkt man gar nicht wenn man das so macht wie es euch zeigen werde das bringt mich jetzt auf jeden fall erst mal zum ende dieses videos und ich habe euch schon lange ausblick aufs nächste video gegeben ich hoffe es hat euch spaß gemacht zuzuschauen oder es hat euch vielleicht sogar was gebracht in beiden fällen wäre es ganz große klasse wenn ihr mir ein like da lassen würdet vielleicht sogar ein kommentar und noch besser ein abo ihr könnt diesen kanal auch unterstützen da gibt es patreon mitgliedschaften können wir unten im video in der video beschreibung schauen was es da geht wenn es euch interessiert außerdem könnt ihr mich buchen wenn ihr tiefer gehende fragen zum thema open sense zum thema unify zum thema synology und docker habt könnt ihr mich buchen wie gesagt auch dazu gibt es den link unten in der video beschreibung für heute vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschüss